Die Negation Ein Verb wird mit nicht negiert, zum Beispiel wissen, nicht wissen, finden, nicht finden, lesen, nicht lesen. Können Sie aus diesen Satzteilen einen Satz bilden? Versuchen Sie es! Die Lösung Meine Follower wissen nicht, dass ich auf meiner Website viele PDF-Dateien gratis zum Download anbiete. Kennen Sie meine Website? Sie finden sie unter www.lerne-deutsch-mit-danni.de Wir sehen uns beim nächsten Mal.